hallo hier ist martin von money monkeys dass die daxanalyse für nun montag den 8.11.2021 und damit den ersten handelstag im november november dezember das sind bekanntlich eher die positiveren börsen monate nach dem jahr august september und oktober in der regel oft schwächere monate sind statistisch betrachtet gibt es nie eine garantie dass es tatsächlich so ist es gibt auch keine garantie dass ja november und dezember gut verläuft aber es ist halt relativ oft einfach so dass dort langsam wieder saisonale stärke in bestimmte branchen einfach reinkommt die sich dann positiv entwickeln können man muss natürlich auch dazu sagen dass das oft auch der automobilsektor ist und da bin ich sehr gespannt ob denn die tatsächlich jetzt auch antrieb entfalten können wenn man so die momentanen nachrichtenlage verfolgt kann es natürlich auch sein dass die der große enttäuscher werden und letztendlich eine statistische stärke hier irgendwo verhindern also auf jeden fall großes vertrauen jetzt sind dax gefordert auch mit dem bild was er jetzt im oktober stehen gelassen hat da fordert er aktiv vertrauen ein weil das ist also man kette den monatsschluss nicht bullisch erstellen können also es wir haben auch im webinar jetzt am samstag drüber für das am freitag abend hat man auch darüber philosophiert wie was man daran denn jetzt eigentlich negativ irgendwie werten könnte haben musste gesucht und geguckt und gemacht und versucht zu eruieren was man denn wenn man versucht neutral den markt zu bewerten was man aus der situation denn jetzt negatives rausnehmen kann um ein kursrisiko nach unten abzuleiten und technisch sind einem da fast die hände gebunden halt als analyst jetzt hier zu sagen also jetzt montag hardcore short all in runter bis dienstag mittwoch der ich habe letztendlich fast keine basis dafür hier irgendwo anzusetzen und zu sagen vorsicht der kann nach unten und ich kann mir deswegen auch vorstellen dass das ist dass viele analysen nun nach oben zeigen werden das ist für uns deswegen eine gute aufgabe trotzdem zu gucken was passiert wenn er unten raus arbeitet um das nicht zu vernachlässigen weil meist ist es ja so wenn alle analysen nach oben zeigen was macht der marktheiter bedient es nicht und deswegen gucken wir jetzt mal genau rein aber wir fangen erstmal mit dem freitag an was war unsere erwartungshaltung wir hatten das als schluss und haben gesagt alles was jetzt hier über 680 700 geht ist flackenbruch ist klare long ansage bis hoch in die 780 hatten aber gesagt wenn der unter der 7 unter der 640 weg taucht dass er dann eben rein geht bis in die 610 die versucht zu verteidigen reingeht bis in die 560 und die irgendwie zickig versucht das ding noch zu halten und nach oben um zu drehen haben aber auch gesagt dass das auch wirklich dann echt kommen muss weil das sich sonst eben dann auch wieder runter bis hier in den bereich um 400 runter drückt so und er hat sich gehalten hat sich verteidigt hat sich hier im tagesschart auf der linie bedient auf unserer alten abwärtstrendlinie die ja zuvor schon gebrochen ist einen ausbruch geliefert hatte dort haben wir jetzt einen trend also einen pullback bekommen einen klassischen pullback der ja als trendbruch bestätigung angesehen werden muss und damit gibt natürlich auch der tagesschart jetzt hier volle möhre nach oben vollgas vor also man kann hier letztendlich nichts nach unten analysieren das ist nahezu fast unmöglich also außer zu sagen okay wir haben die ersten vier bewegungen fertig wir haben jetzt hier vielleicht eine mögliche a gesehen sehen jetzt hier eine korrektur und da kommt jetzt hier nochmal ein schwapp zurück aber wir gucken dazu gucken wir jetzt wirklich rein fakt ist und das müssen wir jetzt verstehen das müssen wir begreifen wir haben technische vorlage die wirklich positiver nicht sein kann egal ob ich jetzt in den wochenschart gucke egal ob ich den monatschart gucke da hat er durch den freitag echt volle möhre alle umgedreht die die umdrehen kann das kann man da kann man jetzt sagen okay junge ich traue dir nicht ne ich glaube du lässt die alle wieder fallen das kann man machen und muss aufpassen wie man es tradet ne weil es ist so eine sache sich gegen das zu stellen was man sieht und es ist wichtig dass man wirklich handelt was man sieht und dann nicht einfach sagt okay dem traue ich nicht ne da stelle ich mich dagegen ihr kennt das wir hatten schon mehrere solche situationen wo wir gesagt haben okay der dax kriegt jetzt einfach nach oben raus eine super mega vorlage da müssen wir sehr vorsichtig sein wir wissen auch aus den letzten wochen dass ganz viele von diesen situationen wirklich in die andere richtung dann wieder losgegangen sind habt das bestimmt noch die eine oder andere situation im kopf wo ich eben genau eine solche analyse wie wir sie heute mache machen musste einfach weil der chart dazu vorgibt und am nächsten tag dann die ganzen tollen kommentare unter dem youtube video drin standen weil die leute eben nicht a und b gedacht haben sondern wirklich noch ausgehört haben positive vorlage der markt muss ja jetzt steigen sind dann früh 8 uhr lang reingegangen und haben sich dann gewundert dass natürlich sie irgendwo ausgeschöpft wurden und dann war ich dran schulden dann könnt ihr euch bestimmt daran erinnern das hat man wirklich ein paar mal schon jetzt hier die letzten male wo der markt wirklich sehr 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 stark zurückgekommen ist sehr starkes bild nach oben vorgegeben hat und das dann nicht halten konnte und deswegen ist es jetzt hier wichtig und gehen wir da auch wirklich rein mal zu gucken was wo wie muss er jetzt laufen damit ich weiter gehen kann und das ist da bin ich jetzt gerade ein bisschen weggekommen das ist nämlich wichtig wenn er jetzt weiter liefert und er zieht durch dann geht er in die 940 oben rein also dann geht er über die 780 800 als erstes und als zweites dann bis rein in die 940 ja das heißt wenn wir sehen dass der stärke bringt und bleibt und behält dann können wir dem misstrauen wir wollen können wir alle zusammen missvertrauensvotum unterschreiben das bringt uns nichts ne solange der jetzt nach oben spuckt und tritt und fette grüne katzen hier rein stellt ist es besser wenn man short will den einfach erst mal machen zu lassen solange bis er wieder anfängt nach unten zu spucken und dann kann ich immer noch short ansetzen und habe einfach eine viel bessere wahrscheinlichkeit im trade selbst drinne also wenn ich jetzt hier nach jeder grünen stundenkatze versuche und short aufzubauen weil ich denke jetzt geht es aber nicht mehr weiter und dann geht es aber noch weiter das hilft mir nicht als trader ja und deswegen ist es wirklich ganz 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 wichtig den jetzt hier montag genau zu beobachten wie verhält es sich wie geht er denn jetzt mit seiner weltklasse vorlage eigentlich um na also die wochenschluss ist grandios der monatsschluss hat den september den schwachen september nahezu fast komplett ausgekontert das ist der kerzenkörper ist genauso groß wie der vom september fette grüne katzen nach oben rein im tagesschart sind wir fulminant von der 200-tage-linie wieder nach oben weggestoßen aus einem abwärtstrend raus haben den per pullback bestätigt auch da gibt es keine da gibt es kein super latif von bullisch mehr also es gibt keine technische möglichkeit wie er hier noch etwas bullischer machen kann das ist die ideale lehrbuch form wie man bullisch verlaufen kann indem man einen abwärtstrend bricht man bestätigt ihn noch mal per pullback setzt eine fette kerze dran fertig ist heißt also sollte sich der markt zum montag oberhalb von 15.700 bewegt und auch nach 9 uhr 30 nach 10 uhr weitere tages hochs generieren müssen wir davon ausgehen dass der sich bis 7 80 800 8 40 900 und 15.940 durchführt na also den trigger den kommen hier tatsächlich der ist ja schon horn alt ich weiß nicht von wo die linie da links kommt gibt es schon ewig den können wir hier im grunde drinnen lassen das ist so und er kann das auch direkt machen wenn er da per aufwärtsgap reinkommt und der dreht sich nicht 9 30 weg oder so 9 15 das ist so typisch dax macht abwärtsgap und dann wird er nur abverkauft das ist etwas das haben wir die letzten tage und wochen nicht mehr gesehen aber in den letzten zurückliegenden zwölf monaten war das ein durchaus gängiges pattern im dax dass er Freitag sich gut rausgestellt hat also wenn wir wirklich mal ganzes stück weiter zurückgucken kann sich der eine oder andere der vielleicht neu dabei ist gar nicht mehr erinnern aber wir hatten hier in dem bereich wirklich ganz oft montage gehabt die dann einfach reingekommen sind zum beispiel das hier ist klassisches klassisches beispiel gewesen das hier wo meine maus ist das ist der 21 mai das ist freitag gewesen und dann ist der dax auf ein neues jahres hoch gegebt montag fettes aufwärtsgap reingestellt von 5 80 und er hatte bei 4 60 geschlossen ist quasi 130 punkte oder habe ich jetzt quatsch erzählt 4 50 und 5 80 oder 130 punkte aufwärtsgegebt und dann hat er das den ganzen tag nach unten abverkauft und so eine situation hatten wir ganz 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 oft in den letzten wochen monaten also auch hier seht ihr das auch wieder dass der freitag gewesen dass der montag gewesen aufwärtsgap und abverkauft und das ist etwas was ich mir gut vorstellen kann aber wenn ich jetzt short sehe also wenn ich jetzt short handeln möchte am montag dann muss ich ganz klar sagen dann muss man auch wirklich erst gucken dass da halt auch richtig rot nach unten die suppe nach unten flutscht wenn ich sehe der wird nicht gekauft am montag dann kann ich dann schon probieren wenn ich aber sehe dass der mit dem aufwärtsgap reinkommt beispielsweise mal 7 60 7 80 macht der aufwärtsgap und er bleibt einfach nur zur seite liegen ohne dass da irgendwie schmackhafte leckerer nach ketchup soße aussehende rote kerzen kommen dann muss ich davon ausgehen dass der noch weitere hochs drüber stellt und bleibt auch dort einfach nur ruhig am hoch liegen und macht zur seite oder macht bloß so einen kurzen kurzen zucker nach unten und direkt grün wieder dahinter dann ist auch das ein zeichen dass wir weiter nach oben laufen und dass noch kein short gelegenheit dann in dem moment da ist sondern dass wir dann eben wirklich den nach oben lassen müssen das heißt dort ist dann long tatsächlich die bessere wahl auch wenn es für einen hoch erscheint und wenn es für einen übertrieben erscheint und wenn man ihm das nicht glaubt dass er das macht aber ich würde mich dann nicht short dagegen stellen entweder lasse ich zweck handelt die strecke nicht oder ich versuche halt die kurzen strecken und die einzelnen abschnitte einfach mit longs zu begleiten indem ich mir einen rücklauf abpasse der dann wieder auftritt und dann versuche auf das nächste ziel hin zu treten ja also das ist ganz 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 wichtig dass wir so verinnerlichen damit man hier jetzt nicht weil das sind tage die werten einfach gegen den kopf gehen die arbeiten gegen den kopf und das fällt vielen schwer dann das einfach zu akzeptieren was der markt macht und dann sagen sie ich glaube das nicht was der markt markt macht und stehen sich dann einfach dagegen nehmen die stopps raus kaufen im minus nach und so fängt halt auf zu wenig zeit oft an wenn die leute sich wirklich auch die post an nachhaltig kaputt machen einfach deswegen dort ein bisschen vorsichtig sollten wir ein aufwärtsgap kriegen ist das jetzt kein 100 prozent indikator dafür dass der tag lang rausgeht dreht er sich vom aufwärtsgap einfach nur wieder nach unten und spuckt rote kerzen nach unten kriegen wir dann zunächst den gap close in die 7 15 rein na also zum zum 22 uhr schluss hier 7 5 rum und dann würde ich auch denken dass er noch ein stückchen tiefer gräbt so bis in den bereich um 630 600 rum 6 10 6 30 das wäre für mich der fall er macht aufwärtsgap und schießt direkt nach unten machte aufwärtsgap schießt direkt also bleibt oben stabil zur seite oder drückt gar noch weiter würde ich davon ausgehen dass er stück für stück einfach weitere ziele oben rausnimmt und wie gesagt 39 so das zeitfenster ruhig ein bisschen im blick behalten sieht man sehr häufig dass der dachs dann abdreht aber auch schon ab 9 uhr kann das eben losgehen wenn er Per aufwärtsgap reingestellt wird sollte er kein aufwärtsgap springen und ihr merkt wir sprechen immer mehrere Szenarien durch ne aus dem einfachen grund ich weiß nicht was morgen kommt und ich bin auch nicht allwissend und ich bin auch nicht hellsichtig oder habe hier eine glaskugel die mir prophezeit was morgen ist und das ist auch nicht mein anspruch das zu 100 prozent zu wissen mein anspruch ist es zu schauen und zu beschreiben wie verhält sich der dachs in bestimmten situationen typisch damit ihr wenn ihr diese bestimmte situation die beschrieben wurde seht auch wisst wie sie zu werten ist und wie sie sich im weiteren tagesverlauf aus das heißt ich kriege an solchen tagen ganz gerne mal dahinter gesagt ja was soll denn der dachs jetzt machen martin das weiß ich nicht das ist mir auch egal was der dachs macht aber ich weiß wenn er aufwärtsgap bringt und er bleibt dort zur seite es ist bullisch zu werten und er steigt dann weiter dann heißt das das heißt dann nutze ich das für mich gucke mir den früh erst mal an wie bewegt er sich denn was passt denn von dem was wir erzählt haben am besten darauf und begleite ihn dann es geht aber nicht darum in dieser analyse jetzt feststellen steigt der dachs morgen oder fällt er keine ahnung ist mir auch egal also ich kann geld verdienen wenn er fällt ich kann auch geld verdienen wenn er steigt wichtig ist für mich bloß zu gucken wie kommt er rein wie startet in den ersten minuten startet er in den ersten minuten nach unten und drückt sich unter die 700 zurück wäre das ein kleines obachtssignal ja weil er dann schon mal mit seiner super bulligen wochen monats und tagesschluss situation offenbar ein problem hat und die auch nicht annimmt das heißt drückt er uns unter 700 raus würde ich zuerst davon ausgehen dass wir die 670 noch mal austesten kann die 670 dann nicht halten und er bricht tiefer dann geht er auf die 630 610 zurück von dort hätte er in meinen augen gute chance sich aufzudrehen und wird die wahrscheinlich auch nutzen am montag nutzte die aber nicht oder dreht nur ganz kurz auf und fällt danach auch unter 610 zurück gehen wir zurück an die 560 und dann wenn er dort bleibt sieht die ganze situation schon wieder sehr 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 viel anders aus und unser dax dreht sich negativ rein weil dann wäre das hier oben ein fehler ausbruch aus der flacke ja das heißt wir achten jetzt am montag ganz besonders darauf halten wir die 700 das ist ganz wichtig und die 670 das ist ein kleiner puffer bereich und alles was ein bisschen tiefer geht geht in die 630 610 rein und das wird dann wirklich auch ein bisschen kleiner entscheidungsbereich oder kommt unser dax direkt bei aufwärts geprein dann gucken wir wie hält er das wie stabil bleibt der oben an dem gap wie viel käufer kommen da noch rein und drücken dann kleine grote katzen wieder nach oben sehen wir der ist super stabil und souverän und drückt sich hoch und bleibt da dran dann kann der bis 49 letztendlich sogar hoch gehen schon am montag ok so damit haben wir diese nachher ein bisschen abgegrenzt ihr habt die marken an denen ihr euch orientieren könnt wie gesagt versucht nicht die aller schlausten zu sein und zu wissen wohin der dax gehen muss macht euch ruhig ein bisschen bereit macht euch offen ähm dann wird einfach weniger überrumpelt halt ne und habt den habt ihr ein bisschen besser unter Kontrolle und dann ist es so dass ihr den dax unter Kontrolle habt und nicht der dax euch unter Kontrolle hat ne wer nämlich da ohne stop loss irgendwelche schieflagen aussitzt oder sowas der wird emotional und wer emotional wird der ist dem markt gnadenlos ausgeliefert der macht am absoluten hoch macht der long rein und ein short raus und im absoluten tief genau andersrum weil er einfach emotional reagiert auf das was der markt macht und das hat da hat der markt jahrzehntelanges training drin das genau so zu drehen dass sie emotional immer genau verkehrt herum arbeitet nein deswegen schön vorbereiten die verschiedenen varianten nutzen und dann eben versucht mit dem markt mit zu gehen und mit dem zu handeln was ihr seht und wenn wir jetzt schauen was sie sehen sind wir erstmal stärker das heißt das muss er erstmal entkräften bleibt er stark hält diesen eindruck durch stabilität oben durch ruhe oben durch weitere grüne kerzen dann kann das auch noch ein ganzes stückchen weiter gehen ne und durchaus schon am montag bis 9 40 ist so ok gut dann würde ich jetzt hier das video zu machen video zu viel erfolg zum montag und bis morgen tschüss so